Das Rätsellabor ist das neue Solo-Abenteuer von Hearthstone. Hier werden die Spieler in fehlverschiedenen Flügeln vor knifflige Aufgaben gestellt. In der Todeszone ist euer Ziel einfach. Tötet mit den vorhandenen Karten den gegnerischen Helden. Im Spiegelbildflügel müsst ihr hingegen eine genaue Kopie der Einheiten auf dem Schlachtfeld nachbilden. Im dritten Flügel mit dem Namen Tabula Rasa müsst ihr alle Einheiten vom Schlachtfeld verschwinden lassen. Auch die eigenen. Im letzten Flügel hingegen wird ein riesiger Laser auf euch gerichtet. Diesen überlebt ihr nur, wenn ihr es schafft, das volle Leben eures Helden wiederherzustellen. Somit hat Hearthstone erneut eine ganz neue Art von Solo-Abenteuern ins Spiel gebracht. Bei den ersten Erweiterungen, die die Story in den Vordergrund rückten, mussten die Spieler gegen Bosse mit besonderen Fertigkeiten antreten. Die Schatz sowie die Monsterjagd legten den Fokus auf zufällige Karten, die man im Laufe des Spiels möglichst sinnvoll zusammenstellen musste. Wir haben bei Senior Game Designer Dean Ayala nachgefragt, wie es zu der Idee des Rätsellabors kam und welche Abenteuer uns in der Zukunft erwarten. Aber etwas, was wir für eine sehr lange Zeit haben wollten, ist Puzzles. Wir haben unsere ersten Puzzles in den Grand Tournamenten, also ein sehr lange Zeit, aber wir hatten die Idee von Puzzles für so lange, es ist einfach so gut für es, thematisch. Für Knights of the Present Throne, wir wollen die Geschichte der Lich King erzählen, aber Puzzle Mode ist wahrscheinlich nicht der richtige fit. Aber für dieses Set, über Science und die Mad Laboratory, Puzzles fühlt sich ein guter Fertig. Und in der Zukunft, wir werden immer noch mehr andere Sachen machen. Wir freuen uns, wenn wir uns nicht die gleichen Sachen machen, so Puzzle Mode ist das Ganze total anders. Und in der Zukunft, wir werden noch mehr und mehr Sachen machen. Untertitelung des ZDF, 2020